Möchten Sie Ihr Auto verkaufen? Dann sind wir der richtige Partner für Sie. Ein Anruf bei uns lohnt sich oder kommen Sie mit Ihrem Fahrzeug einfach vorbei. Wir kaufen Ihren PKW, LKW, Bus oder Ihre Baumaschine mit und ohne TÜV oder Unfall und ohne Begrenzung der Kilometerleistung. Bei uns sind Sie richtig. Zudem garantieren wir Ihnen einen ordentlichen Kaufvertrag und sofortige Barzahlung. Auf Wunsch melden wir Ihr Fahrzeug auch gerne ab. Eine letzte Fahrt zum Turm lohnt sich. Wir freuen uns auf Ihr Vorbeikommen. Auto Simon, LKW, PKW, Baumaschinen, Import, Export. Am Turm 84 in Siegburg. Verkehrsunfall. Zwei Fahrerinnen nach Zusammenstoß verletzt. Trostorf. Am 28.03.2011 gegen 6 Uhr kam es zum Zusammenstoß zweier PKW in Bergheim. Die jeweiligen Fahrerinnen wurden verletzt. Eine von ihnen musste aus ihrem Auto befreit werden. Zum Sachbehalt konnte ermittelt werden, dass eine 35-jährige Trostorferin in ihrem VW Passat auf der Rheinstraße aus Richtung Mondorf kommend unterwegs war. Als sie sich auf der Vorfahrtsstraße der Einmündung zum Kalkofen näherte, bog plötzlich eine 56-jährige Trostorferin mit ihrem VW Golf nach links auf die Rheinstraße ab. Der Passat prallte frontal in die linke Seite des Golfs. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall verletzt. Zeugen verständigten Rettungskräfte und Polizei. Die Helfer mussten den Golf gewaltsam öffnen, um die schwer verletzte 56-Jährige aus dem Fahrzeug zu befreien. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallwagen wurden mit Totalschaden abgeschleppt.